So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video und nachdem die ganzen Videos so gut angekommen sind, gibt es hier noch das gute Isgra für die Tarkov-Spieler. Hier ist auch schon geöffnet. Ein gutes Isgra mit Zaunfarben, also das ist jetzt quasi ein Russisches, 27, Menü 5. Ist alles auf Russisch, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es ist halt alles auf Kyrillisch. Das öffnen wir jetzt einfach mal. Ist Karnfarben, also wenn du da im Zweifelfall findest du es wahrscheinlich nicht wieder. Und wir wissen nicht, was drin ist. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht schlau gemacht, was da drin ist. Das könnte jetzt interessant werden, weil wir halt kein, da ist schon ein Haufen weißes, komisches Pulver drin. Und hier noch mehr, ist vermutlich Zucker natürlich, nichts anderes. Irgendwas hat sich schon geöffnet, wohl aus dem Weg von Moskau hierher. Hast du die Rechnung? Haben wir die Rechnung da? Ich weiß gerade nicht mal, was ich dafür bezahlt habe, aber wir packen das jetzt schon mal aus. Ich fange schon mal langsam an, das auszupacken. In Tarkov nimmt ihr das ja immer und nimmt quasi nur so Kekse raus. Kekse sind hier auch zu finden. Ja, Kekse, vermutlich salzig. Könnte aber genauso süß sein. Hier ist jetzt schon eine Packung Zucker aufgegangen, deswegen haben wir jetzt überall hier Zucker liegen. Wahrscheinlich oder Salz. Könnte es auch sein. Ist das hier Pfeffer? Wird das wahrscheinlich Zucker oder Salz sein? Ach die Scheiße. Reutelweise vermutlich, was steht hier? Steht es irgendwo auf Englisch drauf? Nein. Okay, vermutlich Zucker. Haufen weiße. Oh, das ist offen. Hier sind Löffel drin. Drei Löffel. Ich versuche es mal nachzurecherchieren, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich bezahlt habe. Hier ist ein Apfel drauf. Gut. Er steht dann wirklich nur auf Russisch drauf. Das ist Zucker, oder? Das ist ein Haufen weißer Zucker, Pfeffer, Salz wahrscheinlich. Ich meine, das ist Zucker. Apfel. Ich vermute mal Apfelmarmelade. Hier ist ein Pulver drin. Die machen keine Gefangenen. Hier ist nichts Internationales drauf, nur Kyrillisch. Gut. Pulver. Hier ist jetzt was drin. Das werden wir vermutlich als erstes aufpacken. Noch mehr Pulver, noch mehr Pulver. Müssen wir das gleich mal rausfinden. Hier ist eine Mahlzeit vermutlich. Wie so ein Hundefutter-Napf, so ein Katzenfutter. 250. Oha. Ach du je. Okay. Also drei Essen, drei Löffel vermutlich. Oha. Ist der massiv, oder was? Ist 18 abgelaufen. Egal. Das ist dafür ausgelegt. Ah, gut. Hier gibt es eine Anleitung. Und Kalorien-Tablette. Ich finde aber keinen europäischen Buchstaben. Also fangen wir mit dem herzlich wenig an. Hier haben wir noch. Oha. Tri-Fuel. Tri-Fuel. Das ist gut, was es wert ist. Hauen wir auf jeden Fall gleich mal auf den Flowmarkt. Das ist jetzt ein S-Beat-Brenner. Nennt sich das, glaube ich. Das werden wir jetzt hier drin nicht testen. Oha. Ja, das riecht so nach Rosinenbrot. Große Suczessen. Hm, ist gut. Ich kenne es von früher. Nix anderes. Weißt du noch. Mhm. Das kennen wir von früher, ja. Das ist ein kleiner Kocher. Ich packe es jetzt nicht aus. Das ist quasi ein Edelstahl-Gestell. Kann man hochklappen. Dann kann man den Trocken-Fuel, also Tri-Fuel, in die Mitte legen, anzünden. Und kann man dann, ähm, quasi diese wahrscheinlich damit erhitzen. Und diese essen halt. Die kann man dann so drauf stellen. Ich bin mir nicht sicher, wenn noch das hebt. Aber dafür ist auf jeden Fall gedacht. Also hier nur zum Warmmachen. Wird es noch nicht in geschlossenen Räumen machen. Oder zumindest nicht zu viel. Aber an sich coole Sache. Die Streichhölzer sehen beim ersten Minusstoß nicht aus dem... Eieieiei. Das sind Streichhölzer. Die sind wie so Fackeln. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Hier ist eine Reibefläche. Das sind Streichhölzer. Da ist richtig Brennstoff bis unten drin. Also die gehen bestimmt richtig ab, die Streichhölzer. Auch wasserdicht verpackt. Hier ist... Noch mehr zu essen. Noch mehr zu essen. Okay, hier. Kaffeebohnen. Also Kaffeepulver. Das wird Tee sein. Pfefferminz. Ja, Pfefferminztee. Hier ist nochmal Menü Nr. 4. Servietten sind dabei. Jetzt werden wir das mal hier auch nicht mehr halten. Ja gut, ist ja egal. Das ist egal jetzt. So, hier ist ein Haufen Zucker. Speedkocher mit Streichhölzern. Coole Sache auf jeden Fall. War jetzt auch sonst noch nichts dabei. Ich würde sagen, ich vermute, die sind entweder geschmackslos oder salzig. Was denkst du? Sehen aber alle gleich aus, gell? Weil hier irgendwie so eine Apfel... Apfel... Marmelade vermutlich drauf ist. Nicht, dass ich irgendwas mit... Rind? Rindeeintopf. Rindeeintopf. Einfach aufmachen und probieren, oder? Ja. Bei sowas ist es glaube ich egal, wenn es abgelaufen ist, oder? Ja, ja. Ist egal. Ist alles abgelaufen und... Boah, ist die nicht. Ich mach los. Ja. Also... Verscheid. Ja komm, mach doch mal hier das da auf, oder? Ja. Äh... Verscheid, ne? Ein Apfel-Marmelade. Ein bisschen... Ja, mein ich doch Apfel, aber... Ja, mein ich doch Apfel, aber... Da wird bei Marmelade, wenn ich jetzt nicht so sicher bin, diese Haltbarkeit, oder? Ja, es riecht schon etwas moschig, kann man sagen. Manch? Ich weiß nicht. Dann tut's lieber weg. Also das ist jetzt das erste, wo wir erwischt haben. Wo es schon abgelaufen ist. Also wo auch die Sachen offensichtlich schon seit zwei Jahren abgelaufen sind. Ist nicht schlimm. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Wir gucken ja erstmal... In erster Linie geht's darum, was auch drin ist. Ich mach mal das auf. Rindeeintopf. Rindeeintopf. Okay. Ich streich das. Das ist aber gut. Okay. Sieht auf jeden Fall nicht so appetitlich aus. Ja, das ist halt nicht mehr gut. Warte, was meinst du? Ne, es sieht echt nicht mehr gut aus. Ja, es riecht halt noch so, aber es ist definitiv weit davon entfernt, irgendwie essbar auszusehen. Aber eigentlich müsste es in Ordnung sein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es halt eigentlich aussehen sollte. Ist immer schwierig. Kann auch sein, wenn man das jetzt aufwärmt, dass dadurch die Konsistenz wieder homogener wird. Aber so sieht es. Guck mal, hier ist es raus. Also das Fleisch drin, offensichtlich getrocknetes Fett oder erhärtetes Fett. Ist natürlich auch wiederum klar und ist auch gut so, dass bei so Essen eben viel Fett drin ist. Das hat ein Kumpel von uns auch wieder gesagt. Also die Rationen sind wirklich dafür ausgelegt in Notsituationen, wenn du extrem viel Kalorien verbrauchst. Dafür sind diese Essen ausgelegt. Wenn du jetzt daheim vorm Fernseher hockst und dir das reinknallt, dann haust du dir wahrscheinlich die fünffache Menge an Kalorien rein, wie wenn du ein normales Abendbrot isst. Also die sind wirklich so ausgelegt. Und was ich jetzt hier auch wissen, ist, ob man das warm machen muss oder ob es kalt zu essen wäre. Also ich gehe davon aus, dass man es kalt essen kann. Aber es sieht so aus, als es dafür gedacht ist, warm zu machen. Und dafür spricht halt auch dieser SB-Brenner, den wir hier haben. Die Konsistenz sieht so aus, wie wenn du es warm machen musst. Da ist ein haufenweise erkaltetes Fett, was ja nicht negativ ist. Also du kannst es mit Sicherheit auch essen. Aber es ist halt wahrscheinlich nicht wirklich genießbar jetzt. Oder es ist genießbar. Aber wir müssen es jetzt nicht probieren. Jetzt das hier interessiert mich mal noch. Wenn ich jetzt wüsste, dass das jetzt definitiv nicht kaputt ist. Dann okay, das sieht aus wie Butter. Ne, es ist Käse. Tatsächlich. Riecht auch noch ganz gut. Also ich riskiere es jetzt mal. Mh, das ist eine Streichgräse. Der auch okay schmeckt. Das werden wir uns wahrscheinlich sparen aufzumachen. Das wird sowas ähnliches sein. Beziehungsweise aufmachen kann man es ja mal. Jetzt müssen wir es noch erwärmen. Ja, es riecht tatsächlich. Es riecht essbar. Und das ist essbar. Also das ist jetzt irgendwie so. Probier mal. Was ist das? Das ist irgendwie so. Also es schmeckt gut. Definitiv. Bei dem anderen ist es wie gesagt. Das ist jetzt mehr als so eine Sache. Das möchte ich jetzt halt dann essen. Weil du das mit Sicherheit besser essen kannst, wenn du es erwärmst. Aber es schmeckt unbedenklich. Es ist wirklich noch in Ordnung. Hier ist auch die Konsistenz anders. Also bei dem siehst du halt das, was ich hier laufe. Oder da ist das Fett halt erkaltet. Wenn man es warm macht, wird es ja wieder flüssiger. Dann hat man eine homogene Masse. Ja. Gulasch. Gulasch. Salat mit Nudeln. Ein typisches Ding. Da sieht man wohl immer verbrochen aus. Gut essbar. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen interessanter aus. So wie so ein Kürbispüree. Ist das so ein Kürbis-Aufstuch? Das kann schon so was sein. Okay, hier haben wir. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen mehr probieren. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen mehr probieren. Ist das so ein Kürbis-Aufstuch? Ich habe noch keine Ahnung, wie es schmeckt. Probier es mal. Es schmeckt nicht negativ, aber es schmeckt auch nicht positiv. Ich kann es nicht wirklich rausschmecken. Ich finde es schmeckt wunderschön. Ja. Weder positiv, weder negativ. Hast du das schon probiert? Ich habe heute noch einen Kürbis-Aufstuch? Es schmeckt echt wie... Schmeckt... Riecht wie so... Süße. ja wieso wieso einmachwurst weißt du wie die solche jagdwurst oder ja vermutlich ist besser in dem moment dass wir nicht wissen was es ist aber es ist essbar aber ich will es nicht wissen oder schreibt es in die kommentare wenn ihr wisst was das heißt wir haben keine russischen milken ja schmeckt das auch nicht so gut ich glaube nicht so für den europäischen markt beziehungsweise für unsere altersklasse gemacht ok da freue ich mich drauf leberwurst einfach leberwurst was mich interessiert ist dieses pulver kohlenhydrate wahrscheinlich ok das mineral trink fruchtig riecht richtig ist wahrscheinlich für ja es ist richtig viel aber riecht übel fruchtig und übel süß und so wie man es sich vorstellt muss man kurz glaube ich einwirken lassen reinigungstabletten haben wir ja hier ich will eigentlich kurz so ein streichelz anmachen und frage ich sie dann in die bude ab ich mach das Fenster auf den Käse will ich noch probieren das heißt ja da gut oder ja ja die monster streichelz ich weiß nicht ob ihr das seht das ist richtig also das ist so Holz und dann ist ab hier ist so ein Brennmaterial wahrscheinlich brennt das langsamer ab als die Spitze aber es brennt halt beständig wahrscheinlich ab also beständig als einfach nur so ein Holzstäbchen ich wollte die Reibefläche noch ich setze das hier verdicht bloß ja das wird nicht schlecht schmecken aber das ist halt einfach wahrscheinlich gedacht da irgendwo um es warm zu essen mehr nicht das geht nicht aus krass ok also ihr habt gesehen ich kann es auspusten es geht auch aus aber es entzündet sich sofort wieder krass traust du dich? nein doch schau mal da drauf und nicht ob die streichelz also die streichelz sind mega cool auf jeden Fall auch cool dass sie da dabei ist mit diesem Brenner Shrive Fuel für die Tarkovianer oh ok ja probier mal hier mal grad irgendwie das noch auflösen das wird ein paar Minuten dauern ich weiß jetzt natürlich auch nicht ob das irgendwie reinigende Wirkung hat oder ob das jetzt einfach nur Elektrolytehaushalt wieder auffüllen ist auf jeden Fall habe ich wahrscheinlich auch schon zu viel Pulver reingetan weil es sich nicht löst hier gut und schlecht das ist halt das das ist halt das gestechen das ist halt das gestechen das ist halt das gestechen in der Luft von dem Ding ich hab grad wieder das stechen in meinem Fleisch das ist halt unfassbar weich ja ok aber ist besser als aber ich glaub das ist wahrscheinlich wirklich besser wenn es warm ist ja 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 man muss natürlich sagen alles was wir hier mäkeln ist ja mäkeln auf extrem hohem Niveau im Endeffekt sind die wie gesagt auch schnell dazu wieder das sind Nahrungsmittel für Krisensituationen im Krieg wenn du irgendwo bist dann stellst du keine Ansprüche dann willst du einfach essen dafür ist es immer noch mega komfortabel vielseitig und auch lecker ganz feuchtig oder was also was wir jetzt hier mäkeln oder sagen dass es uns nicht schmeckt wäre dir ja im Riesenfall scheißegal da geht es ja wirklich nur drum ja geht es ja wirklich nur drum zu überleben und dafür sind die Pakete immer noch mehr als gut ja vielleicht auch wieder mit Möglichkeit warm zu machen und nicht zu unterschätzen und Löffel das war das was mich ein bisschen gewundert hat dass das bei dem Ehepark gefehlt hat schließlich ja aber das war es ja das ist halt nötig und im Zweifelsfall hast du ja auch ein Feuerzeug dabei und kannst schon Holz im Feuer machen aber an sich ist ja wie gesagt egal aber es ist halt nichts besseres als abends mit einer warmen Mahlzeit den Tag abzuschließen und gegebenenfalls auch mit morgens den Tag mit einer warmen Mahlzeit zu beginnen in einer Krisensituation wenn es vielleicht auch noch kalt ist oder sonst irgendwas schmeckt lecker keine Frage Elektrolytheraushalt auffüllen wenn ihr Erfahrungen habt oder so ein Paket schon mal aufgemacht seid oder russische Herkunft seid schreibt dafür mal in die Kommentare schreibt auch in die Kommentare was ihr von dem Paket haltet was bisher euer Lieblingspaket war wir haben jetzt als nächstes schreibt mal in die Kommentare wollt ihr als nächstes das spanische sehen oder das französische haben wir beide da liegen schreibt in die Kommentare welches wir als nächstes machen sollen oder welche wir generell noch mal probieren sollten und dann auf jeden Fall gebt natürlich einen Daumen hoch und abonniert den Kanal wenn ihr mehr sehen wollt dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten bis zum nächsten Mal Ciao